Umwandlung von Büros in Wohnungen Krise am Immobilienmarkt Die Krise am Immobilienmarkt in Deutschland wird immer deutlicher, da einerseits Hunderttausende von Wohnungen fehlen, während andererseits viele Büros leer stehen. Diese Diskrepanz wird auch durch den Trend zum Homeoffice verstärkt, da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und somit weniger Büroflächen benötigt werden. Eine mögliche Lösung für die Wohnungsmissera könnte darin liegen, schlichte Büros in schicke Wohnungen umzubauen. Durch eine Umnutzung von Bürogebäuden könnten schnell und effizient neue Wohnungen geschaffen werden, um den steigenden Bedarf zu decken. Allerdings gibt es auch Herausforderungen bei der Umnutzung von Büros zu Wohnungen. Oftmals sind die Gebäude nicht für Wohnzwecke geeignet und müssen aufwendig umgebaut und saniert werden. Zudem müssen baurechtliche Vorschriften und Standards eingehalten werden, um die Sicherheit und Wohnqualität der neuen Wohnungen zu gewährleisten. Es bleibt abzuwarten, ob die Umnutzung von Büros zu Wohnungen tatsächlich eine nachhaltige Lösung für die Wohnungsmissera in Deutschland darstellt. Es ist jedoch wichtig, innovative und flexible Lösungsansätze zu finden, um den steigenden Bedarf an Wohnraum zu decken und die Wohnsituation in Deutschland zu verbessern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017